Wenn ich hier herkomme, kann ich aus Feierabend. Sag euch! Die schlimmsten Leute hier sind hier in Stuttgart. Sag euch! Es ist nasser! Euch, wenn du jetzt nicht die Klappe hältst, sorge dafür, dass sie dich rausholen. Ja, ich habe die Polizei. Okay? Ich habe die Nummer von der Polizei. Ja, dann hol sie gleich. Also, sei ruhig. Ich bin nicht ruhig. Es gibt hier eine Wasserkalterei hier in der Stiftbahn. Ich fahre nach Feingen, ja? Das ist meine Sache. Ich habe eine Umweltkarte. Ja, aber ich lasse es hier einregnen. Ich sage dir. Weil wir haben damals schon die drei Archen-Noah-Scheiße da. Ja, die gelben und die roten und die schwarzen, ja? Wir haben wieder gesündigt. Das war ein frommer Mann. Ja? Den Regen hältst du nicht auf, junger Mann. Ich sage euch. Ich halte nicht die Klappe. Weil ich habe hier eine Funktion zu erfüllen, die werde ich weiter zu erfüllen haben. So ist das nämlich. Ich habe nicht aus Feuer. Weil da war eine Krisenmeldung durch der Helmut Schmidt mit 95 Jahren, du. Nicht normal, sowas. Ja, ich bin verrückt, genau. Wir sind nämlich in einer Insel hier langsam, wenn es so weiter geht, ja? Weil die Polizei musst du nie mehr holen, ja? Weil ich in die Ewigkeit gehe. Ich gehe jetzt in meine Heimat. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Leuten hier an nachher. Ich gehe jetzt an die Klappe. Ja? 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 Vielen Dank.